ARD Text im Auftrag des ZDF Ist alles okay? Wie heißen Sie? Gib mir einen Namen. Ist alles in Ordnung? Ich hoffe, Sie können mir vergeben. Lass uns weiterspielen. Für mich ist das kein Spiel. Dieser Kerl hat deinen Kopf abgeknallt. Das kann Menschenleben kosten. Die Sache ist ernst, Männer. Ich fühle mich nicht gut dabei. Ist ein gutes Zeichen, wenn du dich dabei schlecht fühlst. Wir müssen uns trennen. Wir können es bis nach Kanada schaffen, aber so lange bin ich nicht mehr dein Bruder. Gestern wurde spätabends ein illegales Casino überfallen. Meine Eltern, sie wohnen dicht an der Grenze. Er nimmt mich mit nach Norden. Ein Mann ist da drinnen. Und er hat eine Waffe. Mein Bruder hat den Teufel getötet. Ich heiße Laura Guerrero und ich bin 23. Ich habe den großen Traum, diesen Staat und seine wunderschönen Frauen zu vertreten. Der Krieg ist das zu verdammt. Der Krieg ist ein Mann. Sie ist es für einen jubelten Mann. Der Krieg ist mit der Ereignisse in der Nähe. Die Erkrankung ist zu dem Türen.